hallo ihr lieben heute habe ich was was glaube ich nicht unbekannt ist aber vielleicht noch gar nicht so viele ausprobiert haben und das ist das nennt sich fototransferport das habe ich mal in einem bastelladen gesehen und dachte mir mensch das habe ich lange nicht ausprobiert weil ich kenne es eigentlich schon und genau und das habe ich dann kombiniert mit dem decoupage hochglanz klarlack und einem fototransferport überzugslack der hat so einen leichten glimmer drin das werdet ihr dann auch im endergebnis sehen dann glitzer zum ganz kleines bisschen ich fand das mit dem glitzer eben ganz schön dadurch habe ich den eben auch noch mitgenommen und genau ansonsten ist das prinzip dass ihr mit einem ganz normalen drucker auf dem normalen drucker papier das ganz euer wunschmotiv ausdruckt beim text bitte aufpassen ihr müsst den spiegel verkehrt ausdrucken weil sonst ist der leider in der falschen richtung das hatte ich schon mal vor vielen vielen jahren da habe ich für ein baby body was ausgedruckt und habe dann gedacht na so ein mist weil ich habe es auch nicht spiegelverkehrt ausgedruckt habe es aber eben darauf aufgebügelt und er dann stand halt falsch rum und dementsprechend gebe ich euch den hinweis schon bitte immer darauf achten falls ihr da bestimmte sachen in einem bestimmten rahmen so haben wollt wie es darstellt dann müsst ihr da einfach so ein bisschen darauf achten und genau aber hier ist erstmal das prinzip das ganze auf einem eine leinwand auf holz auf glas könnt ihr es machen auftragen den foto transfer potch und ich habe den jetzt von der firma hobby line und wie gesagt ich habe den in einem wasser laden gekauft und fand ihn jetzt erstmal wieder ganz spannend auch wenn ich ihn eigentlich indirekt schon kenne weil ich ihn vor vielen vielen jahren schon mal so was in der art zumindest gemacht habe genau ich habe es jetzt relativ gut und intensiv auch eingestrichen bei meinem ersten versuch muss ich dazu sagen ich habe es über das motiv auch noch mal gestrichen und das war mein fehler also macht das nicht und dann wird das motiv platziert und dann wird getrocknet also da so ein bisschen schauen dass das halt dann auch gut durch trocknet das hat einen moment gedauert muss ich dazu sagen ich habe es aber auch viel aufgetragen und dann einfach so ein bisschen dem zeit geben ich lasse dann immer stehen mache irgendwie noch andere sachen und warte dann einfach drauf dass das ganze hart wird ich bin immer mal wieder gucken gegangen wann war es soweit und ihr habt da so ein bisschen auch geschaut muss ich noch irgendwo vielleicht doch noch ein bisschen was auftragen weil da standen die ecken so ein bisschen oben drüber und genau ja als nächstes wird dann mit ich habe es jetzt mit dem c war gemacht das geht aber auch mit einem weichen schwämmchen so ein bisschen mit gefühl ganz vorsichtig drüber gehen das sollte ein nasses schwämmchen dann sein also so habe ich zumindest gemacht ich weiß nicht ob es mit dem trockenen auch geht aber ihr seht schon jetzt kommen die farben dann so ein bisschen rüber es ist sehr krümelig also plant da so ein bisschen mit ein dass da ein bisschen mehr krümel durch die gegend fliegen und war nicht ganz so einfach ich habe es dann auch angefangen so ein bisschen einzuweichen damit es ein bisschen leichter geht und wie gesagt das war ein bisschen arbeit das war auch okay aber wie gesagt die ganzen krümel waren schon wo ich dachte ach gott wer weiß wann ich die überall noch finde ich habe auch relativ gute pinsel genommen weil ich einfach der meine bin damit kann man am wenigsten kaputt machen die habe ich vor vielen jahren mal gekauft und habe dann einfach ein bisschen geld investiert weil ich einfach der meinung bin dass man wenn man das gerne öfter machen muss also ich habe die pinsel für alles mögliche schon genutzt also man bekommt die sehr gut wieder sauber und ich kann euch leider nicht sagen wo ich sie gekauft habe aber ich habe sie halt bin halt im laden gewesen und habe mich da so ein bisschen umgeschaut habe so ein bisschen geschaut was passt am besten und dementsprechend passte das dann auch ganz gut ihr seht schon mein sonnenuntergang der ist glaube ich auch schon ein paar jahre her und der ist jetzt auf jeden fall viel viel besser zu sehen das was bei mir eben auch ist es dass die kanten so ein bisschen unsauber sind aufgrund dessen weil ich halt auch ein bisschen weiß habe stehen lassen das heißt das hat so einen schönen gerissenen effekt ich persönlich finde ihn ganz gut habe mich dann aber auch relativ spontan entschieden das ganze noch den rand noch mal mit einer anderen farbe zu toppen und das zeige ich euch dann gleich noch und aber erst mal hatte ich dann angefangen das ganze mit herz noch zu machen also dieses kleine holzerz herz was jeder an der seite schon liegen seht weil ich das natürlich auch noch mal mit einem anderen material probieren wollte und euch zeigen wollte wie es da am besten funktioniert ich habe jetzt da keine großen unterschiede festgestellt muss ich mal sagen also probiert euch da gerne mal aus ich werde bestimmt auch noch mal mit glas probieren und ob es da halt eben auch ganz gut passt will mich da ja im moment so ein bisschen also wie gesagt ich habe ja unheimlich viele pläne was ich gerne ausprobieren möchte manchmal reicht meine zeit nicht meine kraft und schafft dann leider nicht so viel wie ich es gerne möchte aber ich denke das kommt so nach und nach also ich kann so ein bisschen sneak peeks schon wählen vielleicht schon geben dass ich gerne glas gravur machen möchte ich möchte auch gerne mit einem brandmahl kolben euch das mal zeigen wie funktioniert glas gravur hat mir meine freundin schon gesagt da wird brauche ich eine ruhige hand das heißt ich muss mir ein motiv eigentlich suchen wo das zittern der hand nicht so auffällt weil ich bin nicht so die stabilste was das halten angeht und genau ja hier habe ich jetzt so eine line art motiv mir ausgewählt für das herz weil ich das eigentlich ganz schön finde ich mag line art mittlerweile sehr sehr gerne zu anfang konnte ich da jetzt nicht so viel mit anfangen war aber für mich dann mittlerweile doch sehr angenehm ich versuche mich da so ein bisschen auch in zukunft ein bisschen mehr dass ich selber zeichnen kann und und aber bisher habe ich noch nicht gemacht weil ich einfach ich bin nicht so der zeichner ihr kennt mich wer meine videos verfolgt der weiß dass das nicht ganz so einfach immer ist und genau ja dann habe ich auch das herz wieder trocknen lassen beziehungsweise hab dann in der zeit wo es trocknet habe ich dann meine farben rausgekramt und hab dann geschaut dass ich das ganze den rahmen um mein bild gebe ich habe es mit dem schwämmchen gemacht ich finde die schwämmchen form immer sehr sehr schön ich habe auch festgestellt meine schwämmchen sind irgendwie alle abhanden gekommen bis auf das eine jetzt ich werde mir also neue schwämmchen holen und damit ich da nie in die not komme da irgendwie mal keine keine mehr zu haben und ich finde die kombi sehr schön ich habe so ein bronze braun ton genommen und der hat was schönes ich hatte erst überlegt ob ich so ein blau nehme aber irgendwie fand ich jetzt den bronze ton doch viel schöner hatte mir jetzt noch mal ein bisschen was edleres irgendwie gedacht und genau also aber vielleicht schreibt mir gerne in die kommentare was hättet ihr eher genommen hättet ihr ja doch ein blau oder vielleicht auch mehr ein gelb ton genommen und aber bin gespannt was ihr sagt schreibt wie gesagt gerne in die kommentare und wie gesagt ich mag das bild sehr darüber kommt dann noch der klar lach und weil der für mich so ein bisschen dieses finish halt auch richtig gibt während ich jetzt hier so noch mache kann ich ja schon sagen aktuell wenn ich es gerade drehe klar verändern sich die abonnenten zahlen immer mal mehr mal weniger manche gehen auch wieder was ich natürlich immer sehr schade finde aber das gehört auch mit dazu haben wir aktuell 325 abonnenten ich freue mich riesig und freue mich über jeden einzelnen der da dann immer dazu kommt ja und es kommen immer wieder mal menschen dazu und hoffe da natürlich dass dann auch die leute gerne bleiben schreibt mir gerne was ihr gerne noch sehen möchtet auch ich habe ja zwei themen letztendlich die ich auf meinem youtube kanal habe und das ist auch die musik vielleicht wollt ihr ja auch noch was anderes gerne sehen dann auch was die musik betrifft ich werde bestimmt auch mal wieder erfolge meines gesangs mitteilen aber lasst euch da nicht abschrecken falls ihr es nicht hören wollt bitte einfach ignorieren aber ich mag es halt sehr gerne und dementsprechend lasst euch da nicht abschrecken überspringt einfach das video wenn sie ihr nicht hören wollt was vollkommen okay ist ich bin nicht die beste sängerin aber es ist etwas was spaß macht was freude macht und genau ja ansonsten ich lade immer um 12 auf dem sonntag mein bastel video hoch und um 16 uhr das musik video wo ich immer bei bands bin und genau falls ihr noch nicht abonniert habt tut das gerne ich freue mich lasst mir gerne daumen nach oben da oder auch ein kommentar ich bin immer sehr dankbar dafür und freue mich da einfach auch wie gesagt ich mache das ganze für mich just for fun ich habe da einfach freude dran sowohl an dem basteln als auch zur musik zu gehen oder das filmen dazu das ist für mich halt was wo ich so ein bisschen einfach meine ruhe auch drin finde weil ich einfach das mit so viel liebe halt auch mache für mich und erschaffe damit einfach auch erinnerungen und ja dementsprechend freue ich mich da auch immer wenn es dann auf youtube vielleicht auch menschen gibt die da vielleicht auch ein bisschen freude dran haben ja auch hier bei dem herz wie gesagt es hat sich jetzt nicht schlecht daran gefühlt als jetzt bei dem mit bei der leinwand ich weiß nicht ob es vielleicht bei der leinwand ein bisschen besser ging aber es war ja noch keine richtige leinwand und dementsprechend glaube ich ist es nicht ganz zu vergleichen ich werde es mit einer normalen leinwand nochmal probieren werde auch nochmal schauen ob ich da so ein bisschen mich nochmal austoben mit glas auch zum beispiel aber da habe ich jetzt noch keine idee was vielleicht für ein motiv vielleicht auch ganz gut passen würde für ein glas und dadurch passt es glaube ich auch ganz gut wenn ich es jetzt erstmal nicht sofort hinterher mache sondern einfach ein bisschen zeit und geduld mir dafür gönne ja ich habe wie ihr seht mit meinen edding stiften habe ich dann noch ein bisschen das ganze nochmal verfeinert gehabt also hauptsächlich bei den holzstück da bin ich die linien noch mal kurz nachgegangen weil ich den effekt ein bisschen schöner haben wollte das schwarz ist natürlich immer so ein risiko behaftet dass es nicht mehr komplett schwarz aussieht sondern dass es so ein bisschen grau ausschaut und dadurch hatte ich dann für mich eine spontane entscheidung getroffen das lag jetzt aber nicht irgendwie daran dass dass das dieser transfer so nicht funktioniert hat sondern weil es einfach immer so ein bisschen risiko behaftet ist beim schwarz das kennt ihr bestimmt auch wenn ihr weiß ich nicht schwarze hosen kauft nach einer weile sind die einfach durchs waschen auch ein bisschen mehr gräulicher das richtig tiefe schwarz ist dann einfach weg und ähnlich ist es jetzt eben auch bei diesem transfer jetzt gewesen und dadurch war das jetzt für mich zumindest bei dem line art bild jetzt eine wunderschöne variante das zu machen und genau und bei dem anderen bild jetzt habe ich das mit dem ich habe vorhin zu viel gelabert deswegen bin ich da jetzt zeitversetzt habe ich diesen glitzer lack jetzt genommen gehabt der glitzer lack ist wie gesagt eine schöne der hat so einen leichten glimmer es ist nicht zu viel glitzer bin ja eh nicht so der glitzer typ aber ich finde halt so einen leichten finish glitzer lack wirklich sehr sehr angenehm und sehr schön und bei dem herz habe ich natürlich auch noch mal den rand so ein bisschen gemacht also das ganze motiv so ein bisschen verschönert das ganze ein bisschen intensiver von den farben her gemacht man kann es natürlich auch naturell mehr lassen was vollkommen okay ist ich mag auch das naturelle manchmal sehr sehr gerne ich habe ja viel mit trockenblumen auch schon gemacht wo das naturell einfach wunderschön ist und dadurch hier war mir aber irgendwie so ein bisschen farbe gerne noch lieb und habe also dementsprechend das ganze noch mal mit so einem schönen leichten ja was ist das lax ton lax haut ton und dadurch war das dann eine schöne variante das ganze zu machen habe auch so ein bisschen in die lücken reingemalt damit diese kanten nicht so extrem zu sehen sind und hat eine wirklich schöne art das mit dem leinwand mit der line art so zu machen also vielleicht probiert ihr euch mit line art gerne aus ich bin auch auf instagram ich überlege gerade wie ich da heiße da heiße ich glaube ich nicht musik fan ich versuche euch das mal zu verlinken ich bin mit dem namen nicht sicher weil ich da nicht so offiziell irgendwie unterwegs bin sondern ich schaue halt mehr bei anderen und poste selbst nicht ganz so viel wenn dann ist es mal weil es mir gerade gefallen hat und meine bastelein da werden manchmal auch die bastelein zuerst mal gezeigt aber das ist jetzt kein offizielles also dementsprechend aber zeigt mir dann gerne mal wenn ihr das mit dem line art oder mit dem transfer auch macht dann zeigt mir das gerne ich freue mich und übrigens mein tisch ja er sieht mittlerweile echt schlimm aus ich werde mir so eine folie holen ich mag den so nicht mehr der ist für mich nicht mehr ganz so fein und ja ja auch hier hier habe ich jetzt nicht den glitterlack sondern den decoupage hochglanzlack genommen weil auch er so ein bisschen dieses glänzen rüber bringt und probiert euch da gerne mal aus was euch vielleicht am liebsten gefällt und wie gesagt ich mag es halt sehr gerne ich nutze generell ja auch gerne lachs wenn ich irgendwie so sachen grundiert habe und dann eben halt zum drüber lackieren dann mit dem glitzer lack habe ich hier jetzt nur das line art motiv ein stück weit gemacht so ein bisschen so die konturen und genau also nicht komplett flächig sondern wirklich so ein bisschen akzente reingesetzt heißt das glaube ich also dadurch ja jetzt seht ihr gleich noch die getrockneten ergebnisse ich hoffe euch hat es gefallen ich hoffe ihr guckt beim nächsten mal wieder rein schreibt mir gerne wenn ihr euch was wünscht wie gesagt ich schau dann dass ich euch da ein bisschen mitnehmen und genau ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen sonntag und viel spaß noch das ja Vielen Dank.